Ich gehe hier auf den Eingang, als die ganze Schweiz, wenn ich schon gut war, beim Rennen. Hier war ich als Ängsteres, dann war ich auf Abu Dhabi, ich gehe reichen. Hier auf der Wohngruppe kämpfen wir jeden Tag mit Herausforderungen. Mit neun Bewohnern und Bewohnerinnen ist es laut und eng. Wie sie kochen zum Beispiel, ist gleichzeitig ein Durchgang für die hinteren Zimmer. Am Morgen kocht zum Beispiel jemand Milch, jemand nimmt die Sache aus dem Kühlschrank und jemand dritt, läuft die Tür für sein Zimmer. Dann kommt man sich gegenseitig schnell mal in den Weg und es gibt Konflikte. Auch mit den Temperaturen haben wir zu kämpfen. Wir haben zwar eine wunderschöne Abendsommel, aber im Sommer wird es bitterlich warm hier im Wohnzimmer. Und im Winter, wenn es luftet, dann zieht es durch alle Löcher und es ist kalt. Die Badezimmer, die haben keine Feister und man kann sie nicht gut lüften. Und darum ist es eine schwierige Feuchtigkeit auszubekommen und es kann schümmel gehen. Darum ist es wichtig, dass sich jetzt etwas ändert und die Bewohnerinnen und Bewohner von Bernauil sich auch wieder heim und wohlfühlen. Vielen Dank. Vielen Dank.